Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Obscurity, jetzt hätte ich bei einer Pflanze gegen Zombies gesagt, mit Link und Rathamon. Pflanzen versus Zombies, okay. Ja, nett, ne? Eine riesige Welle Zombies, die sind auf dem Weg. Genau. So. Hallo, im Übrigen. Hallo, Link, du hast kein Gesicht, nur mal so. Was brauch ich noch? Du hast kein Gesicht. Okay. Hier wurde mal wieder der Kopf abgeschlagen. Das Light-Upgrade haben wir schon, wir brauchen noch, hab ich gesagt, freier Himmel und Ebenen. Ich hab alles gemacht, was du weißt, glaube ich. Will ich noch mal irgendwas davon wahrscheinlich nicht. Der Platz sollte reichen. Ja. Äh, du hast ja hier schon was weggebaut. Nein. Achso, ja. Lass du doch, ja. Mhm. Treue Himmel und Ebenen. Und Ebenen. 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 Mach ich das? Ja. Ach komm, was, komm schon, was fehlt denn jetzt schon wieder? Ach jetzt. Aber ist geil, ne? Letzte Aufnahmesession meint ja noch, er muss jetzt hier einen so voll auf Raumausstattungsprofi machen und jetzt plötzlich will er questen. Ja, damit wir weiterkommen. Naja. Der, der Schlingel. Der Bengel der. Schreckelisch. Der, jetzt hier, fang mal an. Ist jetzt alles cool. Jetzt anfangen. Okay, egal. Mir fängt ja nicht an. Brauch ich jetzt. P2. Lebensdauer Upgrade 2. Du machst Lebensdauer Upgrade für kürze Lebensdauer, richtig? Ja. Aber es ist doch ein Upgrade. Das müsste doch ein Downgrade sein. Aber ich für diesen Lebensdauer hatte ich doch noch ein paar. Ah ja. Wie viel kann ich davon reinpacken? Keine Ahnung. Ach, packen wir ein paar dazu. Vier geht maximal. Alles klar. Ich bin immer noch krank, schon seit Wochen eigentlich. Da mute dich. Oh oh, Creeper. Never. Boop. Oh, ist mir Minecraft leise. Zumindest, ach nee, das war der Soundmuffler. Das war schlimm, wenn ich hier stehe und denke mir, hä, was wird denn jetzt hier gerade abgebaut und ist da draußen in Baumfarmen, die immer Krach macht. Oh Gott. Wo liegt die eigentlich um? Wo kann man die sich eigentlich eigentlich angucken? Hier müsste ich sie sehen. Hallo Zombie. Wir haben voll den Baum auf dem Dach. Mhm. Mhm. Kleiner Zombie kommt gelaufen. Da habe ich jetzt. Mhm. Oh nein. Auch nur Schrott getroppt. Haha. Ich kletter jetzt hier an diesem Baum an den Jahren aus der Höhle raus. Dann bin ich frei. Hahaha. Nein. Warte mal. Unser Ziel ist doch eigentlich nur hier raus zu kommen, oder? Weiß nicht. Und dafür müssen wir wirklich alle Quests machen? Ja, ja. Hm. Eigentlich nicht. Aha. Er hält uns gefangen. Er hat das Wissen, was wir brauchen, um... Aber nein. Er sagt... Er sagt es uns nicht. Nee. Er sagt es uns einfach nicht. Link ist eingeschlafen. Ja. Er sitzt da unten... Ach, jetzt bewegt er sich wieder. Ich habe gerade was am ME noch craften lassen können. Achso. Wie am ME craften müssen? Kannst du jetzt doch craften am ME. Nein, craften lassen. Achso. Tschüss. So ein 3x3. Ja. So ein 3x3. Also von unten an den Blöcke. Okay, 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 okay. ME Formationsfilter. Da muss ich ja nochmal eins runter. Oder? Nee, doch. Nö. Nö. Du musst die Blöcke auf dir erhöhen. Hey. In der Mitte... In der Mitte nicht. In der Mitte nicht. Ja, das hab ich mitbekommen. Was wird das denn? Baum ich mal. Eine automatische Living Rock und Living Wood Baum. Achso. Ach, brauche ich so viel Living Wood? Nö, aber damit du das halt auch auto craften kannst. Ach, das hat jetzt nicht gebraucht... Warrawa. Äh, radaadaada... Du weißt schon, wie ich meine. Das ist gesund. Neee, das ist ekelhaft. Entschuldigung. Muss ich zur Seite rauskramen. Ich hab die anderen auch schon oben drauf gesetzt. Ja, alles gut. Dann brauch ich... ...hat er die Kabel schon gecraftet, Kabel... Ist ja wurscht, wenn er unten ein Zombie spawnen kann, oder? Ja. Also nur noch Kabel unten dran. Ich werde sterben heute in oben. Ach, da muss wahrscheinlich so eine Blume in die Mitte, oder? Ja, die muss... Stimmt, davon müsstest du noch zwei bauen, von den weißen. Ja, zumindest eine, oder? Weil eine haben wir ja. Ja, ja. Dann hole ich mir die eine und die andere baue ich noch. Reines Gänseblüten. So eine Pure Desis ist auch nicht so, naja. Ja, ne, denke ich schon. Einfach vier weiße Blütenblätter, wow, das ist ja voll krass. Voll aufwendig und so. Ich weiß immer nicht, wie rum ich die Tunnel setzen muss. Du musst immer nachschauen gehen. Immer andersrum, als wie man denkt. Genau. Ja. Mit dem offenen Ende. Mit dem, was ich komprimieren will. Da ist noch ein Samen. So. Und... Flump, Flump. Ja. 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 Reicht trotzdem. Das ist ja jetzt schon fertig. Wird nicht mehr größer. So. Und jetzt wahrscheinlich baue ich jetzt da unten die Erde hin, ne? In die Mitte halt. Ja. Sodass die Blume... Einen höher. Einen höher. Ja, ja. Ich kam nur nicht besser ran. Achso. So. Mal runter. Das kann... Da muss der dran. Kannst du das nochmal... Also... Okay. Ach. Ich muss noch... Kannst du von oben hin? Ich komm nicht von oben gescheit hin. Du setzt den Block daneben. Ja. Passt schon so jetzt. Da ein. Da ein. Weg. Hier noch ne Le Corbleu. Da ein. Le Corbleu? Le Corbleu. Und hier noch... Weg. Da ein. Da ein. Da ein. Ist ein bisschen dunkel hier drin. Le Fackel? So. Hast du zufällig... Stone... Und... Holz dabei? Da fehlt noch... Äh... Wo? Da fehlt noch... Da fehlt noch die Blume. Ja, da fehlt nicht nur die Blume. Da fehlt auch die Erde. Okay. Hat funktioniert. Ich dachte, du kommst sicher. Ist er. So. Nja, ist total schön aus, dass es hier macht. Also ist voll toll. Sieht voll schön aus, ne? Nein. So. Also... Ich hätte... Ich hätte jetzt auch nur das da in die Wand reingemacht, damit man das nicht so sieht, aber... Oh ja. Egal. So. Ist er nur mein Raum. Und zwar darfst du jetzt in die unteren hier. In diese... Formation Plane. Mhm. Die Weißen. Eines linke in jedes ein... Eichenholz. Und das rechte in jeden ein Stone reinlegen. Okay, warte. Smile... Äh... Stein... Glaub ich hab kein Redstone-Connel. Und das heißt, die reagieren dann, wenn das dann da drüber, äh... da ist, oder wie? Äh... Ja. Die unteren setzen außen mit dem E-Bild und die oberen bauen... Blöcke ins ME-Reihen ab. So, also ich klicke einfach da drauf, dann kann ich das reinlegen. Ach, und dann einfach eins irgendwo rein. Wo ist egal. Wo rein, genau. Ja. Aber in jeden. Ja, ja. Das ist mir klar. Ach, das nimmt er gar nicht aus dem Inventar raus. Das ist nur so als... Nö, nö. Das ist, äh... Info für ihn. Okay. Da... Damit er weiß, was er machen muss. Ja, der Wahnsinn ist ja. Kann ich die auf ein Redstone-Signal setzen? Sagerei! Sagerei! So... Das hier hab ich schon mal. Jetzt sind wir noch hier drüben. Wo ist denn deine... Leute an dir? Da... Ja, ja. Da... Da... Oh Gott ist das spannend. Da... Was bist du eigentlich so lange krank? Na, weiß ich auch nicht. Ist ja übel. Ich komm mich dazu, mich, äh... Gesunden zu lassen. Ja, ist natürlich schlecht. Und da noch... Weiß ich nicht, der Mitte, glaub ich, war auch noch. Ja, da hab ich auch fertig. Mhm. 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 Sieht schon ganz schön spannend aus. Ja, du hättest ja die Leitung nach hinten gelegt. Aber egal. Hätt ich auch gemacht, aber... Oi. Da kann man voll drauf rumhüpfen. Hallo. Was sagst du für ne Leitung bist nach hinten gelegt? Ja, die, die du jetzt nach vorne gelegt hast, weil du führst dich eh nach hinten weg. Ja. Ja, hättest du direkt nach hinten liegen können. Ja. Aber dann wär ich ja hier dran. Ich darf die hier, die, wo dieses Ding hier dazwischen ist, nicht mit der anderen Leitung verbinden. Weil das sind ja eigentlich acht Channel, aber mit dem Ding kann ich die in einen Channel komprimieren. Schon klar, aber das hättest du halt immer so gut auf die andere Seite bauen können. Aber ist egal. Ja, ne, weil ich die ja nicht auf einen Block bauen kann, beide. Hättest du die Wand verrückt um zwei Meter? Ja. Paul. Du hast keinen Kopf. Hm? Ich weiß, den hat irgendjemand vorhin mal abgeschlagen. War da. Entschuldigung, dass meine Handkante so hart ist. So. Ich muss immer warten, dass meine Königin oben stehen, deswegen hab ich Zeit. Ich kann mich gerne bei euch gucken. Mhm. Den hier einmal. Den hier. Oh, wenn der so weit weg ist vom ME-Controller, dauert es immer so lange, bis der auf Online springt. Ah. Aha, endlich. Kommst du jetzt hier auf Missing Channel? Du auch. Spannend, ne, Rather? Ja, ja, ja. Dann macht der hier. Der hat Zeit. Es dauert bis die Königinnen sterben, tut mir leid. Braucht die jedes Mal Redstone. Du tust eigentlich Strom verschwenden da, ey. Hast du auf... Wahnsinn. Äh. Moment. Warum machen die nicht, was ich machen soll? Hm, wenn du es nicht richtig gemacht hast. Ich weiß, warum die hinten offline sind. Die haben einen Effekt, die vorne funktionieren. Ja, ich weiß, die hinteren haben... Äh, das ist ja auch offline, wenn der... Wenn's... Alles klar. Das funktioniert nicht. Das Holz wird direkt abgeboten und wieder hingesetzt. Ja, weil... In die oberen muss jetzt noch Living-Boot rein. Ne, Moment. Die dürfen... Du hast ne sehr laute Kammer hier hinten, Julia. Ja! Super! Ich rede mal wieder, bevor ich taub werde, ne? Tschüss! Also in die oberen muss dann das... Ups. Ne, da kann man ja gar nichts reinlegen. Moment. So ist das ja gar nicht wichtig. Na. Wie sag ich denen das jetzt? Nur die rausnehmen? Ich soll immer lauter und immer lauter. Ja, je mehr da sind, ne? Oh, bei mir ist schön ruhig hier bei meinen Bienen. Das funktioniert aber wunderbar! Das funktioniert nicht, weil er sofort das Holz wollt abbauen. Und zwar instant. Ja. Also... Instant. Super geil. Kann ich bitte einen Soundmuffler haben? Wollt ihr doch eben ein... Nein, ich brauch keinen. Also gut, ich verstehe, was sich die Holz ... Wenn das dann nicht instant abgebaut wird, macht das sicher voll Spaß. So, plopp, oh, fertig! Ich bin davon ausgegangen, dass die oberen auch nen Filter haben und dass ich ihnen einfach sagen kann, bitte nur die abbauen. Das heißt, du hast es jetzt völlig umsonst gebaut? Nö, du kannst ihnen schon auch ein Filter geben. Aber halt, äh, umständlich. Ah ja. Er macht's von unten aus, guck mal. So, hab ich eigentlich nicht ausgemacht. Weiß nicht, warum wir jetzt nicht mehr setzen gerade. Da hinten ist ein dick, der will so ein Kabel anbogen. Jetzt nicht mehr. Ich denke, dass wir den Server zum Lenken bringen, was du da machst gerade. Ähm, meinst du? Ja. Also, es läuft doch alles super. Jetzt hab ich Bock auf Popcorn, ohne Scheiß. Kennen alle Popcorn-Kliss? Und jetzt soll bitte alle einschalten. Ich geh weg. Ich muss die nächste Königin schärbeln. Ich hab ein Kabel eingesammelt. Ich häng dir das mal hier... Hat das eine gerade funktioniert? Nein. Hey, aber das fängt schon voll zu rauchen an mir, ne? Zu rauchen? Ja, guck mal, das raucht voll. Ich komm gleich, ich muss eben meine Königin oben wieder austauschen. Das brennt uns gleich ab hier. Schick dich mal, das ist die Folge vorbei. Lauf! Die Folge ist vorbei. Tschüss! Nein! Ja, okay. Ja, gut. Tschüss. Tschüss! 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 Tschüss!